servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal heute gibt es mal etwas außerplanmäßiges und zwar ein paar kill your friends runden mit lamia und walli busel ihr könnt gerne bei den beiden vorbeischauen ich verlinke euch die beiden twitch kanäle natürlich wie man unten in der video beschreibung oder als festgehefter kommentar und natürlich auch in der endcard also viel spaß damit bedenkt es sind ausschnitte also heißt die runden hängen nicht zusammen das was gesprochen wird hängt nicht zusammen aber ich wollte euch ein paar runden zeigen davon also viel spaß dabei auch so aufs ruhig städte der trug ist auf dem web ausgesucht hallo 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 oh nein es ist die nurse sicher wachs ja wir sind sowas von am poko wie gesagt ich bin doch mal weg die ich bin doch mal weg die ich hab den nicht knallen lassen das war nicht meine schuld generatoren versperrt generator versperrt was super es ist doch frech einfach die generatoren verriegeln steine ja necess Bora bei es ist fies ich höre schreien selten fahr kommen. Die Zeit muss ja schon bald hochlaufen sein. Surprise! Kein Keller für dich! Kein Keller! Du hast genau gesehen, dass du mal den Keller gebucht hast. Du hast gar nichts zu tun, das ist halt nicht so weit. Du wolltest ja dich in den Keller sperren. Nein, richtig. Was ist das denn, was ist das denn, als Mädchen? Was ist das denn? Los, wickel dich frei! Hast du den Super? Jey! Wickel dich schlecht! Wickel ihn ein, äh, frei! Äh, ja. Genau! Haha, wie hört das? Halte ich seit mal, es ist keine Straße. Was ist das denn fieses? Was ist das fieses? Okay, du tut mir leid, ich hab's verbraucht. Du auch? Oh mein Herz! Oh mein Gott, bitte geh mal weg, gib mir mal eine Pause hier! Nix! Oh mein Gott, oh mein Gott! Der ist beschäftigt, komm, der ist beschäftigt! Und ihr habt keinen Generator in der Zwischenzeit gemacht! Die sind verriegelt! Die sind verriegelt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich schau so die Scheiße hier an! Oh nein! 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 Okay, das sah ich wieder aus! Der nickt einem fröhlich zu, wenn er beim Haken weg will! Das macht der mit ihm wieder, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war ne krassen Jagd! Dein Puls! Dein Puls! Ah, danke schön! Danke, danke, danke! Ach, guck mal das Haken mit deinem Arm drauf! Du musst ins Gesicht! Wo geht das denn? Ins Gesicht! Aber der hat doch gar kein... Der hat doch gar kein Gesicht! Da, wo es Gesicht wär! Och komm! Ich hab's versucht! Och Mann, lass mich doch einmal dich blenden! Ich hab das noch nie geschafft! Ja, das ist aber... Einmal nur dich blenden lassen! Ich hab's versucht! Danke! Du wacz mich doch einmal blenden! Okay, ja... Ich hab's versucht! Ich muss hier mal Leute kennen. Leute, wir brauchen echt Hilfe. Also irgendjemand müsste, also wenn Lamia rennt, wenn der nicht rennt, brauchst du ordentlich springen. Egal was du küsst. Ich weiß nicht, ob Shadow dich zuerst braucht. Ja, Shadow definitiv. Der ist mir viel zu lange. Aber du kannst mich da trotzdem dann holen. Ey, jetzt bist du um mich rumgerannt und hast mich hängen gelassen. Ja, ich bin noch verletzt und was ist noch da? Toll, ich bin jetzt in der zweiten Phase. Das ist aufgelaufen. Oh, wir müssen weg, wir müssen weg. Ich bin echt in der zweiten Phase. Ich bin echt in der zweiten Phase. Nein, ich bin wirklich weg. Das wäre einfach weg. Du willst nicht abbrechen. Ich will den Tote. Ja, du hast den Finger davon. Das ist sensibel. Das hat auch Gefühle. Nein! Oh, oh, oh! Oh, was haben wir denn? Hier, jetzt! Was? Das ist ein Schicht anstrengend für die Augen. Disrespect! Was ist das denn? Was ist das denn? Nee, komm! Ich treffe morgen wieder. Nein! Sag mal! Lässt du mich wirklich? Ja, ich darf nicht. Das ist mir anders so. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Jetzt haben wir hier! Genau, genau! Lässt du die Finger von meinem Toten? Was habt ihr mit meinem Toten? Das willst du gar nicht durchgehen. Muss Lamiya loswerden? Nein! Ja Lamiya, aber doch nicht mich! Achso, da war doch Lamiya! Hat sich dein Garten geschmiert, oder? Überhaupt nicht, ich wollte wieder zurücklaufen. Da war bestimmt Ballette. Ja, da war ein Walli. Ja, will ich nicht für sehen. Wieso war ich? Boah, nicht? Nein! Ich hab mich doch gewöhnt. Ey, ich bin jetzt tot. Ja, du hast dich gewöhnt. Ach nee, du morriss mich. Ach komm. Die haben mich hängen lassen und deswegen bin ich in die zweite Stufe gekommen. Ja, danke. Ach das ist doch gemein. Ich hab's noch ein bisschen verstanden. Ich hab's noch mal böse gemeine Schmuckeln. Ist das dein erstes Dingspunkts Perk dabei von Sadako? Ich hab gar nichts dabei! Jaja, das musst du mir erst mal beweisen! Ja, ich hab's gerade gesehen! Schau mal, da schummelt er uns sogar an, dass da irgendwas gar nicht... Achso, pfui! Oh mein Gott! Richtig pfui! Das Schlimmste, ich hab ein Schipps fallen lassen! Räfel! Warum hast du auch den Tod verdient? Pass um du. Geht ja lang. Ist das schon Viertel nach Eins? Ja. Ja. Aber wir sind dann auch, glaube ich, durch. Und das hat jeder von uns dann zweimal Killer, glaube ich, das gespielt, ne? Ja. Ich war das Letzte. Der Letzte. Doch, ich weiß nicht, das Erste hat mir auch gefallen! Oh nein! Ich fand sie! Anknallen, das kann doch nur die Lange sein. Okay. Hier! Du bekommst gar nicht. Ich hab's halt vorhin nur gesehen. Ja. Ah! 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 Oh! 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 Boah, alter! Das hast du sicher gemacht. Das war... Das ist komisch! Ich bin mir gewöhnlich geworden, er ist nicht zu kassen! Hä? Nein! Oh, wei, 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 wei! Oh, wei, 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 wei! Do it! Lauf! Lass dich schnell hoch! Ja, Nia ist relativ gut, wenn du sie spielst. Ich drehe noch mal eine Runde, ich komme gleich wieder! Ja, noch mal eine Runde! Ja, voll! Nia ist gut! Nia ist sowas so gut, als ich wirklich schnell bin! Uiuuuu! Was? Oh, no, 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 no! Einfach nur mega! Ja! Uiu! 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 Klasse. Glück als Verstand. Ich bin Gandhi. War wie du das immer hinterest. Aber ich kann das nicht, weil ich nicht so rückwärts laufen kann. Ich kann es aber tatsächlich nicht bei jedem Killern. Es gibt Killer, die sind einfach so schnell im Schlagen wie Nurse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hoppla. Boah. Oh, scheiße. Oh nein. Ja, gab es keine Sprache. Scheiße, ne, das hättest du so gerne nicht vergessen. Hättest du verziehen. Wir haben verziehen. Ja. Oh Gott. Go, Shadow. Go, Shadow. Go, Shadow. Go, Shadow. Ich kann mir gar nicht in den Schwitzen. Was? Oder Shadow, du lässt dich einfach hin und suchst den Ausgang. Ja, dafür muss ich erst mal sterben. Ach so. Soll ich sterben? Shadow, kannst du ja sterben? Nein. Nein. Nö, 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 nö. Doch, doch. Ich weiß schon, was will das nicht vergessen, damit der Richtung nach oben ist. Das wird los von dir. Jawoll. Ja, ja, dann müssen wir noch oben. Ja, ja, dann müssen wir noch oben. Ja. Auscheid, wo bist du? 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 Nein, Shadow. Nein, Shadow. Und sagen wir. Weil du ihn nicht so von mir fangst, kannst du doch blamieren. Ich schwör dir, ich find die Lupe. Du bist jetzt hoffentlich so schön. Ich schwör's dir, ich find die Lupe. Ich fick dich. Ich fick dich, ich fick dich. Überhaupt nicht, ich find die Lupe. Findest du, ja? Nee, du hast sie schon gefunden, ich seh' dich vermissen. Die sind wie in dem Spind. Oh Gott. Schönes Verstecken. Fuck. Boah, ich kam nicht drüber, das ist doch richtig bitter. Nein! Oh mein Gott, im Ernst! Ich hab einen Schlüssel gefunden und es war nur ein scheiß grüner Schlüssel, damit krieg ich die Lücke nicht auf. Aha. Oh nein! Oh! Das war gemein. Ich hab gedacht, du schaffst das. Ich hab gedacht. Und wie viel ist dieser Schlüssel? Damit kann man die Lücke wieder aufschließen. Aber man braucht dafür scheinbar einen Lilan und keinen Kugel. Nee, der ist grüner Reichkleidermann. Ja. Und was macht der gehen, ne? Äh, der hat irgendwelche Aura-Lesesachen, wenn man Zusätze hat. Ja, grüne Tanzlein und irgendwo hinschmeißen. Warum kann man den denn finden? Ja, das frag ich mich auch, der ist absolut sinnvoll. Was? Der ist mehr sinnfrei. Ah, ich schaff's nicht mehr raus, ich schaff's nicht mehr raus. Das schaff ich nicht mehr! Ja. Der ist jetzt der Lucobatz, der ist schaff zu dir kommen. Ja. Ich wollte den Schmori... Ist gemein von sich. Nein, du kriegst den Mori nicht! Das kann ich dir nicht! Nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Ohohoh! Oh, du mach das für uns aber allein. Das für uns aber allein. Ich hätte es sogar noch geschafft, wäre ich gleich zum Tor gegangen und ich dachte, vielleicht finde ich da in den Keller nochmal einen Schlüssel. Oh, shut up. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war unfassbar. Es war voll gut, hat Spaß gemacht. Ach, ich hab richtig lange hingehalten. Das stimmt. Das hatte... Ah, das war krass. Dann danke ich euch auf jeden Fall für einen tollen Spieleabend. Hat mir gefallen. Ich danke euch auch. Ja, danke, danke, danke. Es war echt super lustig. Ja, ja, ja. Und beim nächsten Mal hab ich so geübt, ne? Oh Gott. Hast du das nicht schon beim letzten Mal gesagt? Nee. Doch. Aber da hab ich aber nicht. Ich hatte keine Zeit dafür. Ich könnte jetzt einfach sagen, beim nächsten Mal lass ich Wally nicht fallen. Oh Gott. Das hast du so lieb gewesen. Das hast du so super lieb gemacht. Danke dir dafür nochmal. Das war super lieb. Oh Gott. Das mach ich gleich. Das mach ich gleich. Ja, ich trinke auch gleich noch was. Ja, beim nächsten Mal kann ich vielleicht auch schon ein bisschen besser. Ach, bestimmt, Dante. Ganz bestimmt. Aber du bist jetzt schon relativ... Ich finde auch. Du bist schon richtig gut. Also ich hab jetzt nicht gedacht, dass du Anfänger bist. Und der ist schon um Längen weiter als ich. Ach, vielleicht übe ich für Wally nur ein bisschen die Legion. Oh ja. Oh ja. Also ich bin... Vielen Dank für den tollen Spieleabend. Ich danke auch. Hm, verabschiede mich schon. Jo. um